Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin gerade auf dem Weg, die Crispy von der Bart abzuholen. Wir haben uns jetzt auch schon wieder viel zu lange nicht gesehen und ich freue mich schon richtig stolz, sie zu sehen und wir gehen dann auf den Mauerpark Flohmarkt, schauen uns ein bisschen um und später muss ich dann mich an Geschenke setzen tatsächlich, weil ich ja bald nach Hause fahre und sowohl mein Papa Geburtstag hatte als auch meine Schwester Geburtstag hat, während ich da bin. Aber jetzt wird erstmal das schöne Wetter genossen, es ist wieder richtig warm und ich bin definitiv zu warm angezogen. Tag, schön! Hallo! Crispy eingesammelt, wir laufen jetzt auch schon eine ganze Weile rum und du hast schon ein bisschen abgesahen, ne? Ja, ich habe ganz viel gekauft. Zeig mal den Ring. Wow! Die hatten ganz viele Ringe, die einen fühlen lassen wie eine Elfe. Und ich fühle mich auch wie eine Elfe. Dann hat sich das ja richtig doll gelohnt. Und ich habe Ohrringe gekauft, die mich auch fühlen lassen wie eine Elfe oder wie ein Panda, weil eines sieht aus wie ein Bambus. Ich bin davon überzeugt, dass es ein Bambus ist mit einem Blatt oder halt so ein Schmetterling, der halt so seitlich drauf sitzt. Das sehe ich da drin. Ja, es ist sehr, sehr sonnig. Ich habe mich gerade eben auch schon eingecremt. Crispy ist natürlich vorbereitet bekommen und war schon eingecremt. Außer mein Scheitel. Außer dein Scheitel, das haben wir nachgeholt noch. Wichtig. Sun Safety. Okay. Wie sieht es bei dir mit Hunger aus? Ich wollte gerade sagen, kommen wir mal in die Fressmeile gehen, oder? Ich muss schon. Ich habe auch eine Sache gefunden. Ohrringe für meine Schwester zum Geburtstag. Die sind auch sehr süß und eigentlich wollte ich ihr was anderes schenken, aber die haben mich so angeguckt und ich war so, oh, that's perfect. Hallo again. Ich muss auf die Pizza geholt. Pizza marinara einfach, also all vegan. Und die Person am Stand bringt Musik jetzt bald raus und hat da so einen Zettel zum Promoten. Ich blende euch das Foto mal ein, weil vielleicht interessiert euch das ja, also wenn ihr gerne Hip-Hop hört, da kommen jetzt wohl die unterschiedlichsten Tracks. Beste hier auf dem Bild. Irgendwas ist im Bild. Du bist auf jeden Fall im Bild. Da muss ich jetzt da gerade sitzen. Die nehme ich doch noch mit. Scheiße. Ah ne, hier noch eine 12. Bekommen geht ja nicht. Wieso nicht? Weil da ist ja schon eine 14. Oh mein Gott, ich sehe gerade auch was auf meinem Plan. Oh, ich dachte, vielleicht kann ich hier noch eine 11. Aber hier habe ich auch schon eine 14. High five auf diese, um, auf diese jetzt da rein. Ah, 10. Two brains working together. So, schon wieder zu Hause, habe Christy bei der Bahn abgesetzt und gerade erst mal aufgeräumt und jetzt mir aber auch Essen gemacht. Genau, und ich glaube, dann setze ich mich gleich, wenn ich noch ein bisschen Kraft habe, an noch ein YouTube-Video, weil ich eigentlich heute noch ein bisschen was machen wollte und dann mache ich mich auch schon Bett fertig, weil ist der Tag auch schon rum. Es war richtig, richtig schön mit Crispy und wir haben deutlich länger gequatscht, als ich eingeplant hatte. Ich wollte eigentlich heute noch ein bisschen mehr arbeiten, aber wir haben ihn so lange nicht gesehen und deshalb war mir das dann jetzt auch wichtig. Genau, aber ich werde den Blog jetzt auf jeden Fall beenden, weil Müdigkeit. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann! Tschüss!